so und willkommen endlich mal wieder zu einem neuen part von let's play mario und luigi paper jambors ich hoffe auch ihr freut drauf heute wird interessant leute ist also ja viel spaß mit der neuen folge let's play mario jambors let's go ja heute bin ich noch spaß und heute noch so erwartet hier also ist jetzt ein sehr gutes let's play und ja schon sehr viel bescheid schon sehr viel bescheid von diesem game genau so was mache ich jetzt ich weiß gar nicht was machen soll jetzt können wir können wir zurück gehen wir genau geben wir mal wieder zurück ja so spiel ist bis jetzt echt interessant ist wir eigentlich immer einer sondern naja es für alle immer interessanter also ich finde auch recht gut immer mehr sehr viel spaß mir auf jeden fall so wie schön auch schon wieder verkackt egal was soll es okay noch steht egal ich kann da habe ich ein bisschen müde bin heute kannst du kannst du sagen alles genau also wie gesagt kann dann also die müde bin deswegen nicht denken warum ich bin also ich bin einfach nur ein bisschen müde ja deswegen ja tut mir leid dass es heute ein bisschen anders ist aber gut ich kann hier ich bin einfach mal ich bin einfach mal leider war ich nicht wo ich muss oh nein nein doch kann sein dass ich auch hier muss ich bin auch so befragt die egal ist okay so genau so sehr und da sind wir wieder da wo auch schäbel blühen ich weiß noch was genau ja danke müssen wir ja da reicht es wieder genau was passiert oder bestimmt kann dann das gleich passieren würde ja doch und sein wo müssen alle das hin oder auch hier auch vielleicht stimmt auch hier kann sein doch doch kann sein doch was richtig ich hab schon so sorry so sorry leute ich habe ein bisschen verpeilt gerade auch egal ich bin diesen raum auch ein bisschen komisch jeder alles gut ja das geben auch was gut geben wir auch echt ganz gut ist also alles gut ok nimmt es hier ok da ist eine abküchstung vielen dank lieben wir bisher weil ich mir eine abküchstung geschenkt habe sehr nett danke so ich muss eben was trinken also gut alle leute ist viel spaß ganz groß eben ja genau ok doch dann ist ja so es geht es los weil jetzt jetzt hier es geht es weiter hier in diese staub trocknen ruin ich bin sehr gespannt so doki doki die haben schon wieder gemacht schon wieder ok bei bescheid sie machen also jedes mal ok dann weiß ich hatte es jedes mal machen jetzt war es halt nicht nur was man machen kann ich verheirat ist gar nichts davon ohne wie soll es machen wie soll es machen richtig nicht rennen fern die gilt auch nicht sehr kompliziert hier aber wenn wir an die zeit anschauen doch doch hier doch hier ach so hier vielleicht doch hier ist irgendwie habe ich ja komplett vergessen vielleicht auch vielleicht auch hier wie ja doch kann sein dass hier auch ein weg ist hier war ich glaube ich war nie oder ich weiß nicht ich weiß gerade nicht und nein heute war ja gar nichts nur heute ist ja kein guter part glaube ich achte also ist echt relativ in das handhaber aber ich weiß auch nicht warum ich weiß auch nicht warum habe ich das schlecht habe ich bin glaube ich nur wegen der müdeheit so komisch egal okay alles gut oder wollte nach oben kein auseinander muss also sehr gemein aber man macht aber fehler macht aber fehler also ja ja ich weiß bescheid ich weiß dass man hier mir freisch halten muss aber ich weiß halt nicht wo ohne siegen und umsonne schon wieder ach egal so kommen guck mal ob wir einen anderen weg finden kann sein dass so ist kann sein dass wir auch hier müssen kann sein aber ich glaube jetzt auch noch nicht nur ist auch noch nicht so gut okay da kann man ach so kann man auch weg spielen oder wenn man sich nicht nur auf der fläche die So, ähm... Ich weiß nicht, wie wir es hin müssen, wo wir es hin müssen. Sieh interessant aus, aber es ist halt auch schwer, ne? Man merkt, ja, man merkt, dass es schwer ist, hier durchzukommen, irgendwie... Na gut. Ruhig immer mal ganz links, sonst war ja auch nicht, egal. Da ist auch ne Röhre, okay. Okay. Hm, 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 hm. Oder vielleicht mit diesen Dingen auch transportiert, kann auch sein, oder? Kann auch sein, doch. Hm, 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 okay. Okay. Also sehr interessant, also man merkt, man merkt das Spiel, okay, okay. Schwer... Okay. Dann kommt doch hier weiter, oh nein, 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 okay. Okay. Okay, sorry, Leute, ich wusste nicht, ob sie sich auch bewegen, die Dinger. Ach, egal, ich... ich bin auch manchmal schuld, egal. Dann machen wir heute auch einen längeren Part. Okay, Leute, genau, einen längeren Part machen wir heute mal. Aber dafür haben wir auch uns ein bisschen erkundet, hier doch, als gut, Baby, genau. Nein. Ach komm, ey, ja, natürlich, ne. Ist immer... Ist egal, alles gut. Man macht auch mal viel, aber nicht so lange viel, wie ich, eh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, warum mache ich eigentlich immer so lange viel? Ah, Mann. Eigentlich so ein bisschen immer. Na ja, gut. Ist okay. Ah, okay, ich hab getroffen, okay, danke sehr. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. All der Verwalt, wir haben's doch geschafft. Hier sind Hammer drin, ja, sehr gut, danke. Hat uns nicht so viel gebracht, aber gut, okay, 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 okay. Hat uns nicht so viel gebracht, aber man... Man ist trotzdem zufrieden damit, was man bekommt. Das stimmt. Na gut. Oh, das ist schwer, oder? Ich glaub, das ist schwer, doch. Ich wusste doch, dass es hier war, da geht, aber ich hab's halt verkackt. Shit, hat doch noch getroffen, okay, hat noch getroffen. Ist aber eigentlich nicht einfach, ich merk schon, ja. Was löst diesen Schalter aus? Hier vielleicht noch einen neuen Block? Ja, kann sein, doch, kann sein. Das sieht so aus, das ist... Hier schon mal eine Münze, oder... Knallt draußen, übrigens. Sie wundern, Leute. Draußen knallt es, wie auch immer, egal. Ist ein Schalter, Leute? Ah, okay. Das ist auch gemein, aber ist auch echt eine geile Idee. Kann man nicht sagen, nee. Kann man nicht sagen. So. Gut, weil ich nicht den Part umsonst gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall auch nicht sofrieden, dass ich hier nichts umsonst gemacht habe. Ist ja auch eigentlich wichtig, hm? Aber dann einmal da, bitte sehr. So. Ich verstehe schon die ganzen Hindernisse, aber manchmal, manchmal muss man euch timen. Oh nein, okay, man merkt, ich bin schlecht. Man kann ja nichts zu sagen, ich bin einfach nicht schlecht. Dann springen die in diesen ganzen Game, okay. Ja, manchmal bewegen sich die Plattform auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Manchmal bewegen sich auch nicht die Plattform, okay, danke sehr. Okay, ich hab's geschafft, aber war manchmal schwer. Doch, war bei manchen Ereignissen auch relativ schwer. Ja, hab auch eigentlich neue Freunde bekommen. Ja, das ist cool, was soll's. Okay, hier ist ein neuer Stein, ein neuer Aktivierstein. Wo man aktivieren kann und da ist eine Abkürzung. Ja, sauge, Leute. Dafür haben wir jetzt eine Abkürzung erreicht. Ja, sehr gut, das freu mich ja sehr, Leute. Jetzt haben wir eine Abkürzung, jetzt haben wir eine Abkürzung. Sehr gut. Ah, okay. Und jetzt sind wir wieder hier, okay. Wäre ein Glück, dass ihr hier seid. Danke sehr. Ihr müsst uns helfen, wir sitzen richtig in der Klemme. Auf einmal waren da jede Menge Menge davon außer Schergen und haben sich die anderen Papierturts geschnappt. Werbescheid, danke sehr. Werbescheid, danke sehr. Die werdet ihr doch retten, oder? Natürlich, also gut. Folgt mir, sie sind da drüben. Mach ich alles gut. Röte die alle gefangenen, genommenen dort immer innerhalb des Hallimits. Mach ich gerne, also gut. Okay. Okay, danke, danke. Okay. 20 Minuten habe ich dir beteiligt. Okay, danke sehr. Dann machen wir es mal. Aber ich habe mir Angst, dass ich es nicht schaffen werde. Aber wir schauen mal. Was ist das für eine Scheiße, ey? Hä? Was ist ein Geier, ey? Was ist ein Geier? Was ist ein Geier? Ja, das war sehr. Der pepper meinesisch. Ich stelle wieder am starten muss auf ihr kräftig dabei sein. Weil ich finde, der pepper meinesisch auch echt. Also ich merke schon, dass er sehr relativ stark ist. trasf schon stark durch besonders besonders stark. Oh nein, scheiße, ey. das war gemein das war so was von gemein wir haben jetzt einfach die heile bekommen weil ich die doofen natürlich doch klar wird oder auch man so klar sind trotz all dauern okay danke sehr vielen dank danke aber so was mache ich nicht so gerne mit dem torswagen dass diese meinen sind gehen da schon ich musste den rest meines lebens mit kreis fliegen wäre glück das findet habt danke sehr danke sehr danke so ein spielerlöser fahren und mein kann wird eine cd mein 3d ist kapitel cd was auch immer so hier ist ein bohren drin ich glaube da kann auch noch was geht nun doch da kann man doch was tun wegen das bilder habe ich glaube ich nach oben oder nach oben ist glaube ich besser oder glaub schon doch gibt es ja sehr viel bohren ich weiß noch nicht gut an die brücke die stein blöcke die man zerstören kann ja sehr gut ich werde mich nicht erschrecken na so als gut bei jona ja mein mann am an ist oh gott man muss aber nicht so man muss aber nicht so aber ich versuche einfach mal hier drauf zu springen auf diesen gobeln hier okay dafür danke sehr danke sehr wir machen es eigentlich nicht so schlecht also man macht schon mal manche soll solche sachen aber man muss echt interessant sein hier mit der umgebung man muss ich echt mal interessant machen darüber wie es einfach so hier ab geht es genau so wichtig ist ja das heißt das heißt das heißt wichtigste das war man wollte diesen machen soll in diesem game was auch wichtig ist für die ganzen erfahrungspunkte und so was genau man muss schon sehr viel machen hier aber auch echt schon spaß doch so 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 die ich war es doch ich bin trabe leid na echt gut wie gut okay doch geht auch die dacht danke sehr oder kommt noch zu uns da kommt auch noch so uns was heute so klingt egal als gut so danke sehr also manchmal finde ich auch das gemein weil ich habe auch ich meine halt einfach so und so aufgaben ich muss man doch so rausfinden wie hoch springen oder die hoch zu springen die sprungfelder da wo ich noch so ein bisschen aus herausfinden wie es so funktioniert na gut hätten mir auch mal sagen können hätten wir auch alles sagen können auch mal ob das mal so oder so ist hätten sie mir auch mal sagen könnte es gibt und springblöcke die manchmal höher sind und manchmal auch mittelgröße gibt oder einfach sagen können du brauchst was anderes dafür um höher springen zu können hätten sie mir auch mal sagen können oder einen anderen weg egal also ihr wisst wenn man mit dem hammer umgeht ich bin sehr schwer beeindruckt dann auch schon danke schon danke schon so lange sehr wir sagen das mache ich jetzt leider hier nicht mehr machen können es tut mir leid ich müsste es das hier werden das mache ich dann auf screen die zweite auf jeden fall auch nach holen also freut euch drauf auf neun fall dann bald wieder hierbei auch bei euren guten kanal hier mal palizins fan abflock für den tim klar ich würde sagen servus und gut weil ihr wieder dabei seid also rafaelus seit wieder beim nächsten mal beim start bei mir hier schau leute ist ja gut